wir haben das ist kein problem so wieder rein und land ab ich war kurz nach sie gleich wieder da ja mach das arbeiten gehen ist meine zeit ein paar sachen erstmal hier rein die waffenkammer hier kann ich den pfeil wieder dazu packen ach ja dann gehe ich erstmal nach unten runter dann gehe ich zwei etagen tiefer hol mal ein zapling ist egal was für einen wir haben ja genug ja du mich auch ach ich höre das stimmt der raum ist direkt hier drunter stimmt ja ein ghostberry sapling habe ich jetzt mal gemacht jetzt kannst du mal irgendwas gespawnt irgendwas gespawnt nein dachte schon ich dachte schon aber diese hütte noch gebaut habe meine güte ja hallo viv vielleicht musste die eiche wegnehmen dafür andere bauflin pflanzt das könnte man ja mal machen wolfsmut 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 kommt da rein über diesen krippchen hast du eigentlich daher zu kommen ist eine mietekatze oooohh schämst du dich guck mal ist da uff da uff da du hättest da oben bleiben sollen okay ähm ich werde jetzt hier das bäumchen hier wegkacken ich werde das jetzt wegkacken alles hier richtig schön weg hier und zack zack so weil hier jetzt so einen bäumchen hin jetzt wird der gedüngt und der wächst nicht warum warum wächst der nicht man das ist so uncool soll ich noch einen eichensatz legen ach wo setze ich den nochmal hin ich weiß es noch nicht jetzt wächst das ding da nicht ich fasse es ja nicht hm jetzt habe ich noch so ein eichenbäumchen ich habe 423 levels seitdem ich gestern gekrepelt bin war das gestern? nee vorgestern war das ne? vorgestern gestern haben wir ja gar nicht gespielt genau vorgestern war das gestern waren wir doch beide scheint tot genau genau die gestern haben wir gespielt aber vorgestern ja gestern haben wir gespielt ja doch das haben wir gemacht ja doch nee nee das haben wir gemacht so das wächst hier so schön ah das sieht klasse aus ach das gefällt mir das gefällt mir richtig gut so ja das könnte ich kurz mal reinpacken in die mitbringseltasche und das schon ordentlich gehandelt oder? ja jetzt habe ich eine eisige iris wo wächst die? dann können wir hier irgendwo einen Garten pflanzen eine eisige iris da wäckt sie nur da was kaltes ne doch wächst auch hier ok alles klar ja wo hast du sie denn hingesetzt? die bunte blumenwiese die wir hier machen dann müssen wir uns nochmal so ein oh ne eisige iris wie schön soll ich hier schnell mal so einen kleinen pfad machen für die bienenstöcken mit schotter oder? soll das so bleiben dann lass das auch so bleiben ja ok hier müssen wir uns nochmal blumen sammeln ähm ja warte ich muss erstmal wieder ein bisschen oh oh vor mir ähm wollen wir dann die sachen zusammenpacken für den nether was wir so gebrauchen könnten? ja kann man machen aber ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen kannst du schon mal anfangen wir haben noch ein paar sachen hier einpacken die sind alle unten alle eine etage tiefer ja du hättest das mit gabo gebaut ne? ich bin nicht der meinung das kann sein ja mit gabo mit gabbro kann ich wieder stopfen ne? jetzt nehmen wir den normalen bruchstein oder? wollen wir den schönen im normalen bruchstein der geht auch darf ich dann stopfen? macht es? ne da wird nicht geschafft wir bauen das ja nur drum rum ja ok da kannst du auch normalen bruchstein nehmen und wir brauchen jetzt noch ein packen eisengitter haben wir noch welche drüben liegen gelassen? weißt du auch nicht ne? ich nehme mal ein stack davon mit sonst brauchen wir ja nix ne? ja wollen wir langsam anfangen da rüber zu bauen oder? ja können wir machen meine smaragde packe ich erst mein geld packe ich erst mal weg hier ja du machst das schnell hab ich dann bauen wir uns jetzt den weg mal zur nether fest und so ganz langsam schön geschützt ne? ja wo bist du mein schatz? ich geh jetzt runter zu unserem nethertor ja ja da war ja was so ich trete hindurch ja ich komm jetzt auf ich bin schon unterwegs so geh jetzt auch mal in die gute stube ne? ja ich versuch grad aus dem tor auszutreten das hakt hier in der sagade okay ich bin raus es hakt zwar ein bisschen aber es geht wahrscheinlich auch am aufbauen aber es geht hier hatten wir doch noch was gehabt okay ich kann mich gar nicht dort bewegen ja ging mir auch so einfach B-Taste drückt dass du dann raus kommst ja du kriegst die ganze zeit zu passieren ja du steh dich aber schon zur hälfte ja bist du raus geht oder hakelt es? hakelt ja ganz schön ja na gut dann warten wir mal also bei mir läuft sie mittlerweile flüssig ich kann hier rumlaufen das funktioniert ja ich kann hier rumlaufen ja du bist jetzt besser bei dir? ne noch nicht so richtig ja dann geh ich schon mal vorweg ich weiß nicht woran das liegt liegt am server ich bin nicht hinterher ok Oh, jetzt höre ich den schon wieder. Das ist ein komischer Mistkerl. Wie ist er denn lang gegangen? Ist er denn rausgegangen damals? Weißt du das noch? Ich glaube, hier war das aber irgendwo. Das kann das sein. Ja, hörst du ihn schon wieder in dem blöden Sack? Ja, hier habe ich den Sausack wieder hier. Aber niedlich ist er ja. Naja, niedlich ist er ja. Wo musst du mal lang? Da hinten glaube ich lang. Ich kann den Weg hier lang bauen. Geh nach oben, führ uns mal lang. Der knirrt so niedlich. Ja, ich würde... Aber ich sehe ihn nicht. Aber ich sehe ihn. Okay, dann in Deckung. In Deckung. In Deckung. Warte mal kurz. Das werden wir dann auch mal hier beseitigen. Warte mal kurz. Ich baue hier schon mal den ersten Schutzraum hier rüber. Da ist, kommen wir hier nirgends wo bloß weiter, glaube ich, ne? Ich bin hier irgendwo hier runtergegangen, wo es ein bisschen tiefer runterging. Ja, da sind wir runtergegangen. Ja, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ähm. Ähm. Ich halte mir hier so ein bisschen Auge und Ohren offen, ne? Ja, ich mach das. Ich mach das. In der Laserfestung wird es erst richtig gemein, ne? Ja, ich lass den mal links liegen. Weil wir jetzt noch mal einen guten Weg da so bestimmt einfach hinbauen müssen. Ja, steil ist ja zu viel. Das ist ja zu eng, ne? Das muss ja auch richtig schön sein, ne? Oder? Ja. Das sind Seelen-Sand können wir ja mitnehmen. So, dann sehen wir mal, von wo wir gekommen sind, ne? Ja, ich glaube, ich empfinde das auch toll. Gut. Na, wo ist denn jetzt unser, unser Herr? Das hört man gar nicht mehr, ne? Kann das sein? Da hab ich ihn vielleicht doch besagt. Da hab ich aber nicht. Müssen wir hier rausgehen auf der Stelle? Hier eigentlich nicht, oder? Wollen wir eine Tür einbauen? Wollen wir mal Gitter ein, ne? Ja. Hm. So, wollen wir hier jetzt mal weiter. Wie vielte Folge ist denn das, die wir jetzt schon? Das ist jetzt die vierte. Die vierte schon? Erst. Vorsicht, Böck, weg da. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt schon die vierte ist? Ne, ist die fünfte, glaube ich schon. Uff. Die fünfte. Ich muss ja mal gucken, ich hab jetzt auch vergessen zu notieren. Vorsicht, nicht so weit nach vorne, weil ich so ungeschützt bist. Das ist aber irgendwo rum hier. Da lass ihn glucksen. Dein Trin. So, wir wollen keinen Weg hier so schön durch. Och. Ich spring da hin. Den Weg machen wir oben aber auch zu, ne? So, da ist zu, da ist zu. Da ist zu. Aber jetzt meinst du, sieht das gut aus? Können wir damit leben? Ja, sehr schön. Oh, da oben gibt's, da gibt's netter Quarz da oben. Siehst du es? Ja. Können wir da irgendwo hin? Können wir da irgendwo hin da oben, natürlich netter Quarz? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde da ja gerne mal rüber gehen. Mit dem netter Quarz da oben. Nein, wir haben doch schon so viel Zeug. Aber was wir haben, haben wir. Weißt du? Nesser ist nichts für dich, oder was? Doch, doch, doch. Alles gut. So, wie findest du's denn hier im Netter? Ach, jetzt, wo ich hier was für die Sicherheit baue, geht das doch eigentlich, oder? Ja, das dann ja. Hast du Fackeln? Kannst du mal Licht reinsetzen, sonst wird's ja dunkel. Hast du Fackeln dabei? Ja. Genau, super. Ich geh jetzt mal kurz den Weg hier zurück. Ist der markiert. Ich glaube, es soll ja auch hochbauen zu nennen, ne? Ja. So, ich muss, bin gleich wieder da. Was? Ist hier einer drin? Oh, der ist draußen. Okay. Das ist gut. Wenn der draußen ist, ist das gut. Gabo Cobblestone. Wir brauchen auch eine Werkbank hier. Super, wir haben auch eine Werkbank. Super. Ich sehe auch keine unserer Gieb. Der Gabo nähert sich dem Ende. Ja, da musst du mal einen neuen holen geben. Warum bleib ich so lange hier? Ach, wie meint das? Irgendwo grunzt ein Schweinchen. Ich denke immer, der tapst hier irgendwo rum, ey. Das blöde Vieh. Jetzt würde ich hier den Gab noch mal schnaufen, damit ich hier besser laufen kann. Hi. Hier habe ich ein bisschen Licht noch mal drauf packen auf dem Weg hier, so ein bisschen. Das hellste davon. Ja. Sieht das doch ganz gut aus? Das ist doch schön. So. Ähm. Das wird gerade jetzt nicht reichen, das Ganze hier zuzumachen. Ich will das so ein bisschen zumachen, weißt du? Der ist verkehrt gesetzt. Super. Und dann schön packen hier dran, damit man hier das schön helle hat. So, meinst du, das sieht doch ganz gut aus, so, weh? Sind wir sicher hier drin? Da wird nicht viel passieren, oder? Okay, Schwiegermutter gefällt es auch, gut. Ich finde sie wieder toll. Oh, da ist hier unser Freund. Hörst du ihn? Ja, der Gluck ist immer so niedlich. Ey. Vielleicht jetzt sauer, weil er uns jetzt nicht mehr rankommt. So, jetzt habe ich kein Material mehr, wie es ausschaut. Da habe ich eine Transporttasche. Irgendwas drin, muss ich mal weiterbauen können. Ich habe Soapstone, ey. Dann hole ich nochmal Gabbo nochmal, würde ich sagen, ne? Dann müssen wir Gabbo nochmal holen? Ja, hol nochmal. Ich bleib hier. Ich sag, wir müssen da runter, dann müssen wir da oben rüber irgendwo. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich glaube es mir. Auf jeden Fall hier sind wir sicher. Hier passiert schon mal gar nichts. Das finde ich gut. Okay, ich bin dann gleich wieder da. Und du versuchst, sie zu sterzeln, ne? Aber wirklich schon, ne? Nein. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal. Nee, das ist doch jetzt die vierte Folge. Das ist die vierte Folge. Das ist die vierte Folge. So. Ich beeile mich, ja? Du pass auf, dass du nicht irgendwo krepierst. Ja, mach ich. Ich hole jetzt mal ein bisschen Gabbo, weil davon haben wir ganz viel. Da war ja in der letzten Mine ja abgebaut, ne? Gabbo. Oh, da haben wir nur noch einen davon nur noch? Gabbo? Okay, wir haben nur noch einen. Einen Stack mehr. Haben wir davon gar nicht mehr. Ich dachte, da war einfach noch zu viel. Die haben alle gebrannt, ne? Ja. Wollen wir damit eine Seed weiterbauen? Wenn ich mich mal Gabbo farmen. Damit es gleich mir jetzt hier ausschaut, weißt du? Ja, aber wo wollen wir Gabbo farmen? Ich glaube, das war in der letzten Mine, wo wir waren. Da haben wir es gehabt. Ich komme dann mal wieder zurück, ja? Das war da in der Schlucht, wo wir alle uns durch ein sonst was gefressen haben. Da ist das noch? Ja, kann sein. Da war der Gabbo. Da ist schon Schritte, haken es hier, wenn man ankommt. Ja. Aber es hakt ungemein. Ich komme jetzt wieder. Oh, das hakt ja gar nicht. Da musst du wirklich erstmal ein bisschen dort bleiben, glaube ich. Bis sich das Ganze sich so ein bisschen normalisiert hat. Nehmen wir da nochmal raus. Das ist einfach diese zwei Gabbo. Ne, dann fahren wir daher nochmal ein bisschen Gabbo, oder? Ja, wo war das denn nochmal? Und wo wir letztens in dieser Schlucht so viel gebuddelt haben. So, jetzt machen wir weiter das Dach. Jetzt mal gucken, wo wir hier runtergehen, ne? Wollen wir hier mit der Leiter dann runtergehen? Das ist am einfachsten vielleicht, ne? Ah, kann man machen, ne? Würde ich sagen, oder? Ja. Deine Leiter runtergehen. Und wir müssen einfach... Wo ist er? Wir müssen einfach von dort... Na, wir kommen nicht ganz rüber da. Dann hier wieder hochbauen. Als Treppe wieder hochbauen. So Stück für Stück. Ja, das würde ich eher empfehlen. Wäre besser. Geh nicht so weit. Reppelst wieder. Von hier ist es nicht weit. Oh, Gluckz ist... Aber wo? Toll, der Firma. Wird alles runter. Okay, ich habe ihn gesehen. Da ist er. Durch Gitter schießen kann man nicht. Ich habe ihn erschlagen. Was ist denn das da unten? Was hüpfe ich da unten? Wo ist das denn? Das sind Magma-Blöcke. Was macht man mit denen? Die kannst du killen. Dann kriegst du, glaube ich, Magma-Schleim. Ja, die. Super. Wollen wir mal probieren. Aber die vermehren sich. Musst du völlig aufpassen. Ja. Hast du? So. Habe ich. Hast du Magma-Schleim gekriegt? Ich gehe erstmal in Sicherheit. Dann gucke ich dann. Es gibt Momente, da will ich mal sicher sein. Nö, habe ich nicht. Hast du? Äh. Normalerweise kriegst du von denen auch Magma-Schleim. So, okay. Vorsicht. Weg. Nein. Dann bauen wir hier als Leiter runter, oder wie? Machen wir das hier. Wäre zu sagen. Der Leiter können wir hier wunderbar ruckruck hier runterklettern. Wir brauchen hier eine Leiter hin. Ist, glaube ich, besser. Ähm. Toll. Ich habe mich hier so verbaut. Äh. Wir brauchen jetzt als Treppe jetzt hier. Aber das ist gut, so eine Sicherheit hier. Ja. Hat was, ne? Dann kann ich ganz auch hier nochmal ruckruck. Weil du bist ja einfach sicher, wenn du hier durchgehst. Weißt du? Ja. Ja. Müsste ich irgendwie nachher ganz oben wieder hochkommen? Scheiße. Äh. Da ist kein Gast kommen. Aber wir haben keine Gastträne von ihm gekriegt. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, wo kommt jetzt wieder hier halbwegs herunter, ohne groß runter zu fallen. Ach ja. Ach ja. Hier geht das. Dann brauche ich mich hier kurz hier rein. Gehe jetzt hier rein. Brauche ich wieder zu. So. Super. Aber das ist eine super Idee mit dieser Burg hier. Ne? Hat doch was. Ja. Ja. Soll ich hier vorne ein Feuerchen hinsetzen, oder nicht? Kannst du machen, wenn du möchtest. Achso, ich muss ja auch zuwarten. Hier fällt mir keiner rein. Schweine war ja nicht angreifen, ne? Ja, die Schweine dürfen nicht angreifen, ja. Oh, da gibt es einen Back hier. Ist aber auch egal. Doch. Das ist wirklich gut. Ja. ich finde die sache ist total klasse so hier würde ich dann gerne ich habe doch keine steinchen gesetzt da oben hinsetzen so das ganze machen das ist nicht schön nein das ist partout nicht schön